Willkommen zurück zu Warframe. Immer noch nur mit mir. Und ja, wir machen noch mal den Boss. Gegen Odo Pinzel immer noch. Wir kennen das ganze ja schon mittlerweile. So, es wird schneller. Oh, da wird fast mehr kippen. Oh mein Gott, die genutzt. Da war so ein komisches Symbol dran, wo ich allerdings keine Ahnung habe, was das bedeutet. Und ich weiß, mir fällt gerade auch, dass ich keine Ahnung habe, was meine Fähigkeiten machen. Okay, das ist das. Aber war ich nicht eigentlich schon höher? Ich bin gerade verwirrt, weil ich nur Level 6 bin. Ich dachte, ich war schon viel höher, schon 10 oder so. Auch mit nix. Hä? Warum wird man seinen Wahlkampf nicht benutzen? WTF? Ist ja toll, wenn man seinen Wahlkampf nicht benutzen kann. Ich verstehe immer noch nicht, was die da reden. Können die denn kein Deutsch? Ich meine, das könnte gerade bürgeln als so schwer kann, das ist ja nicht so. Ich meine, das könnte gerade bürgeln als so schwer kann, das ist ja nicht so. Ich verstehe immer noch. Jetzt redet der auch noch. Was macht das? Okay, das macht das dann zu mir gehört, oder? Ich verstehe immer noch nicht. Ich habe vergessen, wenn wir vorher die Fähigkeiten anzuschauen. Ich glaube, entweder es sind 3 solche Dolly oder 2. Ich würde nach dem Bild her, würde ich sagen, 2. Wohl nein. Ich glaube, es war 3. Eines davon war, glaube ich, alle in dem Umkreis. Äh... ...zu kurzzeitig für Prüfung zu tun. Was ist das Scraps? Ähm... Ja, also... Ne, sowas habe ich halt nicht. Er hat er am Arsch und so. Oh. War er nicht früher anders? So, ich weiß nicht. Sprichern? Oh. Vielleicht bin ich fest, dieses Symbol. Ich glaube, das war... Alter, ich bin tot. Ich bin tot. Alter, wir machen dem ja gar keinen Schaden. Wie sollen wir denn... Alter! Der macht mich mit einem Angriff tot. Und wie soll man den töten? Wie soll man dann setzen? Was machen wir? Alter, sag mal. Der ist ja... ...untrethbar. Der kriegt ja gar keinen dmg. Ich glaube, ich kann wieder Nachkampf benutzen, yay! Aber ich verstehe auch nicht, hätte ich nicht auch mal mehr Leben? Ich hätte doch mal mehr als 180 Leben und 180 Schönes. Toll, jetzt werden wir alle umgebracht, wahrscheinlich. Ich bin weiter geschossen. Ich weiß es soweit. Kann man ihm jetzt damage machen? Ich kicke ich halt dabei. Irgendwas muss ich hier machen. Der kriegt kein Damage. Der kriegt einfach kein Damage. Vielleicht wenn ich meine Fähigkeit benutze? Alter, der hat Damage gekriegt, aber fast kein. Dann muss ich ihn hinziehen. Damit kommt nicht mal eine Damage-Anzeige. Ich bin hier... Also so schlecht ist mein Ping auch nicht. Das ist so extrem gut. Kann man den Moment Nachkampf-Damage machen? Ich check's nicht. Ich meine, bei den anderen mache ich ja auch sofort Damage. Wieso kriegt er keinen Damage? Ich verstehe einfach nicht viel, wenn ich den Moment kaputt mache. Ich verstehe einfach nicht viel, wenn ich den Moment kaputt mache. Ich habe ein Damage. Und jetzt... Ich bin nicht mehr. Dann ist es schon wieder... Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Irgendwie das Gefühl wieder nirbzukriegen, oder? Wenn ich mich das nächste mal richtig heftig anbreite, dann suche ich hier. Aber nun kriege ich jetzt auch kein großartiges Damage mehr, oder? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich meine, ich müsste jetzt tot sein. Sie müssen nach den Animationen hier. Krieg kaputt. Man hat jetzt so einen heftigen Zubant, versteh's nicht. So, es greift mich an. Er fällt gerade auf, dass die 4 total heftig ist, mit seiner alten Fähigkeit, die er sonst immer hatte. Dass man so... Oh, okay, das war jetzt keine Absicht. Was? 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 Oh, hab ich den schon? So Okay, ich hab den schon Schneller Ja, okay, 2 ist es, dass alle die nicht kämpfen Los Hoffentlich schafft es noch zum Ausgang Bevor die Anzüge weg sind Obwohl wahrscheinlich schon Und davon fließe ich jetzt nicht die Obwohl ich hab ja noch eine Minute Zeit und soviel Vorsprung hatten die jetzt auch nicht Ja, guck, da hab ich's ja schon wieder eingeholt Na, guck, da hab ich's ja schon wieder eingeholt Hat das geklappt? Hab ich die getroffen? Nehmen die sich dann gegenseitig um, oder nicht? Weil die jetzt alles Ne, ich meine, ich Ne Äh Ja Aber auch da oben Oh oh Wer schafft es noch? Wie schafft es noch? Nein... No... Na gut... Nein, Level Up! Ich glaube... Dre-gros-Kro-Kro-Kro-Kro-Kro-Kro-Kro. Hab ich nicht verstanden. Lass mich mal in Deutsch reden... Okay bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.